ja hallo und willkommen zu einer neuen spielvorstellung die ist also einfach nur psycho kann man das so sagen trollface weiß ich wer von euch davon schon gehört hat trollface gibt eine neue version trollface quest horror ja und das ist ein klicker wir schauen uns jetzt einfach mal also macht euch auf was gefasst wenn ihr auf durchgeknallte sachen steht und ich glaube das sind die meisten bei uns auf unserem kanal dann müsst ihr euch das jetzt hier anschauen also ich spiele das jetzt mal essen klicke und guck mal da haben wir scream also was müssen wir machen das war falsch okay was kann ich jetzt hier tun also wenn ich den direkt ins lichthaus machen das bringt nichts da hinten ans auto da erschreckt er sich sieht schon ziemlich beschwert aus jetzt bin ich wieder darauf gekommen es war wieder logischerweise wieder falsch so was kann ich machen was kann ich mal an das licht irgendwo ans licht klicken jetzt habe ich dem auf die füße geklickt bringt auch nichts was will ich den schalter da hinten betätigen hier eine schublade alter ich stehe mir auf die nase funktioniert auch nicht da hinten das licht ja macht ihr mal nicht so in die hose muss doch irgendwas geben was ich hier anklicken kann da gibt es doch nicht mache ich den grad falsch so also jetzt müssen wir ich muss mir jetzt mal echten tipp anschauen und so tipp nutzen ach so es geht ums da gibt es auch was mit streichen und so ok oh mein gott ok das war es nicht dann drehen wir deshalb mal in die andere richtung würde ich sagen ok ich werde jetzt hier mal was machen dass ich die maus mit mauszeige aufnehmen ach das ist ja schon mit dabei also ok ich drehe doch in die falsche richtung oder das ist doch das glaube ich das problem wenn ich die falsche richtung drehe oder so also jetzt müssen wir mal schauen ok also ich muss jetzt noch ein tipp nutzen ich muss erst mal kapieren wie das spiel genau funktioniert ach so oh mein gott jetzt habe ich diese boge den kopf runter ok nächstes level und wer kennt ihn nicht gizmo gizmo von den gremlins aber kein salz mehr ok das kann es nicht gewesen sein ok 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 Was passiert jetzt? Jetzt wird er zum richtigen Gremlin. Okay. Okay, dann schauen wir uns jetzt einfach mal ein. So, das Trollkino. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Habe ich auch gerade gemacht. Was mich veräppeln jetzt hier? Alles klar, Level ist freigeschaltet. Weiter geht's. Oh mein Gott, Frankensteinsmonster. So. Da wird er geschüttelt. Es geht noch weiter. Okay. Intuitiv das Richtige getan. Okay, das war wohl falsch. Okay. 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 Ups. Was? Wollte ich ja gar nicht. Da kommt das raus. So. Aha. Okay. 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 Wir sind bei die Halte. was mache ich denn falsch also da muss ich erst mal drauf nehmen also das ist schon richtig und jetzt haben wir sonst nichts gemacht jetzt nutze ich noch einen tipp oh mein gott ok ja dann hauen wir doch mal da direkt drauf ok das war es nicht was ist wenn ich bei ihr darauf blick oh mein gott jetzt ist es ein wolf mein gott er kommt denn auf solche bescheuerten sachen oh mein gott das alien was wissen wir über das alien blick erst mal drauf was passiert was level gescheitert kam das alien raus oh mein gott ist das schlecht es ist so schlecht was kann man jetzt machen wir verhindern dass das alien da rauskommt wie mache ich das gott nochmal ich bei dem irgendwas mache passiert gar nichts ne ich bin jetzt noch ein tipp ist mein letzter tipp den ich noch habe ja das habe ich doch schon so und weiter ich ziehe mir jetzt noch mal so ein gratis tipp hier rein und und ich ich Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach du Schande. Jetzt gucken wir erstmal was passiert. Ach du Schande. Mhm. Okay. Exorzist. Okay. 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 Einmal, zweimal, dreimal. Okay. 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 einmal, zweimal, dreimal, viermal, Okay, jetzt schaue ich mal ob ich noch eins hin bekomme, Mama, 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 jetzt mache ich das ständig irgendwie falsch, okay, Mama, 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 oh, der nächste große Held, okay, das war nicht, Okay, so, jetzt hören wir mal auf, das war jetzt bis Level zwölf gewesen, also, das ist schon ganz schön krass, muss ich sagen, ehrlich, um Gottes Willen, also, für die Freunde, des geschmackvollen, oder auch geschmacklosen Humors, egal wie, ja, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, dann lasst mal ein Like da, wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch ein Like da und leidet mit mir, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch ein neues Spiel vorstelle, oh mein Gott, also, das ist schon echt crazy, aber na gut, machen ja alles mögliche, also, wenn, wenn es, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn ich euch was Neues präsentiere, macht's gut, bis dann und tschüss.